Was ist der verrückteste Ort, an dem du es je getan hast? S-Bahn. S-Bahn? Ja, S-Bahn. In der S-Bahn? Wann denn? Um vier Uhr morgens? Am Tag? Halt morgens. Aber es waren keine Leute um dich herum, oder? Es waren schon auch andere Menschen da. Sitzt du auf dem Schoß oder machst du einen Rockhutsch hoch? Das sieht man doch. Ich mag so ein bisschen diesen Adrenalinkick. Also ich finde Adrenalin schon geil. Was war die verrückteste Partie, die du hier miterlebt hast? Du musst immer schon lachen, ey. Die in London. Neun Leute haben quasi miteinander geschlafen. Jeder hatte was mit jeder von einem Kumpel von mir. Der hat sie so hochgenommen und der hat halt so krass geschwitzt. Irgendwann die ganze Fensterscheine waren auch unfassbar krass beschlagen. Der ist sie ihm aus der Hand geflutscht sozusagen und die ist komplett nackt. In so einen Glastisch von diesem Airbnb reingeflungen. Und dieser ganze Glastisch von 1000 Einzelteilen zerperrt. Und wir standen da alle nackt so und sagten so, ey, was ist denn jetzt passiert? Also da fällt ich mir ganz verrückt, die Fatina. Wann hast du das erste Mal vor mir gefurzt oder gekackt? Habe ich jemals, ich habe noch nie vor dir gekackt. Also es war dann irgendwann so, dass du das jetzt nicht abgeschlossen hast. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel Hände waschen musste, dann warst du auch nebenbei schon mal kacken. Echt? Ja. Ja und furzen, ähm... Ich leg halt sehr viel Wert darauf, dass meine Partnerin vor mir furzt. Ja, er mag das total, wenn... Nein, ich mag das nicht. Wie hört sich das an? Ich mag das. Er mag das total, wenn seine Partnerin neben mir furzt. Wenn du halt auf der Couch mal furzen musst, dann ist es halt so. Wenn es noch stinkt, dann lachen wir beide drüber. Ja, also ich habe schnell vor dem Hatzel gefurzt, sehr schnell. Und er ist ja Furz-Weltmeister. Also der kann furzen. Ja, aber furzen ist ja menschlich, fast keine Mietezeit muss raus. Ja. Hast du dir jemals vorgestellt, mich zu heiraten? Ja, absolut, definitiv. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke jetzt sogar manchmal, denke ich mir so, stell dir mal vor, irgendwann in Jahren kommen Jenny und ich aus irgendwelchen Gründen nochmal zusammen, dann habe ich auch schon mir so gedacht, wenn das passieren würde, dann würde ich dir auf jeden Fall auch schnell einen Heiratsantrag machen. Weil wir werden ja irgendwann auch schon wieder in einem gewissen Alter dann. Und ich will ja jetzt nicht mit 50 heiraten. Gibt es ein Rollenspiel, das du erregend findest? Ich trinke. Was? Mann, da muss interessant, wo trinkst du? Wääh? Ekel? Ja. Ist auch ein bisschen scharf. Gibt es ein Thema, über das du ungern mit mir sprichst und wenn ja, welches? Ex-Freundin. Ich habe das dann für mich abgeschlossen so und dann will ich darüber dann auch nicht mehr weiterreden und vor allem halt auch nicht 48.000 Fragen gestellt bekommen. Wann hast du das letzte Mal einen O***** vorgetäuscht? Ich muss ganz ehrlich überlegen, weil ich eigentlich nicht so die O***** vorteuscherin bin, sondern ich sag halt dann einfach so, hey, so ich komme einfach nicht. Sag du mir, ist das jetzt einfach zu lang so. Lass jetzt mal einfach chillen. Was ist das Peinlichste, bei dem dich deine Eltern erwischt haben? Zum Beispiel war vor zwei Monaten meine Mutter bei mir zu Besuch und da habe ich eine aus dem Club mit nach Hause genommen und die lag halt im Wohnzimmer und hat das alles gehört und am nächsten Tag hat sie so gesagt, so Watze, sag mal, spinnst du eigentlich? Oh, ist dein Freund eifersüchtig auf unsere gute Beziehung und dass wir viel Zeit miteinander verbringen? Also er ist ein eifersüchtiger Typ, sag ich mal so, aber jetzt auf uns speziell eigentlich nicht, habe ich dir ja schon gesagt so, weil der Matze wird immer ein Teil von meiner Familie bleiben und von meinem Leben, der ist ja der Papa von unserem Sohn Milan und abgesehen und davon habe ich auch schon ein Herz für ihn übrig, sagen wir mal so. Kleinen Teil. Nein, aber wenn wir jetzt alleine sind, er hat mich heute vorhin so gefragt, ihr habt schon zwei Zimmer oder so? Echt, hat er gefragt? Hat er gefragt, ja, er hat mich gefragt, habt ihr zwei Zimmer oder eins? Ich schiebe zwei. Ich habe extra zwei für uns gebucht. Ja, das ist sehr nett von dir. Ja. Was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast? Was ich halt immer ein bisschen unangenehm finde, ist, wenn ich mir so denke, okay, geil, das könnte was werden und die so ein bisschen so von oben herab, das so belächelt. Das ist ein bisschen unangenehm dann einfach, weil du dir dann so denkst, bist du jetzt gerade irgendwie Paris Hilton oder was? Dass du mich jetzt auslachst. Was war das schlechteste Geschenk, das ich dir je gemacht habe? Jetzt kommt alles wie aus der Pistole geschossen. Das, 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 das. Also ich glaube, ich kann dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, ich habe dir mal irgendwann einen Groupon-Gutschein geschenkt und das fandest so ganz, ganz schrecklich. Okay. Das kann sein, ja, das ist echt der Scheiße von. Ich kann das beste Geschenk sagen. Das ist der Milan, mein Sohn. Vielleicht sollst du dir auch Gedanken machen, ob du mir vielleicht mal zu wenig geschenkt hast. Kannst du auch noch nachholen, wenn du willst. Boah, wen meiner Freundinnen findest du am attraktivsten? Boah, dann muss ich erst mal alle deine Freundinnen durchgehen und dann muss ich darüber nachdenken, wenn ich die Antwort habe, ob ich sage oder ob ich trinke. Scheiß drauf, ich trinke. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich bin grün. Was war deiner Meinung nach der ausschlaggebende Grund für unsere Trennung? Dass du mir fremdgegangen bist und dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen mehr deine Mama anstatt deine Frau bin. Aber ich stehe jetzt mit beiden Beinen im Leben, ich bin unabhängig, selbstständig und deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich verändert habe. Kannst du das vielleicht auch nochmal bestätigen? Hat sich schon gemacht, ja. Was ist das Gemeinste, was du mal während eines One-Night-Stands abgezogen hast? Dass ich besoffen eingeschlafen bin, weil ich es vielleicht jetzt dann in dem Moment aber auch nicht so geil fand. Deswegen, also ich glaube, wenn man es richtig, richtig geil findet, dann kann man so besoffen sein, wie man will. Ich glaube, dann schläft man nicht ein. Was ist das Geheimnis für eine funktionierende Beziehung nach der Trennung? Wirklich Zeit vergehen lassen und Gras drüber wachsen lassen über alles, dem anderen seinen Raum geben, würde ich sagen, wir schauen nach vorne und nicht mehr zurück, verzeiht und das halt wirklich. Oha, wie oder womit, glaubst du, kannst du mich in jedem Fall immer antörnen? Boah, da fällt mir nichts ein, wüsste ich nicht. Welches ***-Spielzeug benutzt du am allerliebsten? Ich überlege, ob ich es einfach sag oder trinke, aber egal, ich sage Satisfyer-Pro. Gut, aber man muss halt aufpassen, weil wenn man den zu oft benutzt, dann wird es halt schwer, dass man bei *** dann halt einfach beim normalen Sex halt... Das ist so wie, als wenn man sich zu oft einen runterholt. Das ist so ein tiefer ***, also kann ich nur empfehlen. Uuuuuhhhhhh. Boah, nee. Leute, das war's mit Wahrheit oder Schott von uns, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, folgt uns gerne auf unserem TikTok-Kanal, mein Name ist Matthias HHN. Und mein Name ist Jennifer Rili. Teilen, liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao.